Moin zusammen, in Kapitel 2 können wir einen sehr guten Stab bekommen. Das Ganze geht über Buddhas Augen, wo ihr alle Augen findet und was ihr denn später mit den Augen machen müsst, das möchte ich euch hier in diesem Video zeigen. Aber erstmal, welchen Stab können wir bekommen? Das ist der Steinstab mit Wolkenmuster. Diesen kann man dann am Ende craften, der hat 60 Angriff und 30 Verteidigung und erhöht noch den Schaden von aufgeladenen schweren Angriffen. Guti, wo finden wir jetzt aber alle Buddha Augen? Hier starten wir, wie gesagt, im Kapitel 2 bei der Schreckensklippe und da dann beim Sturmwindversteck. Von diesem Portpunkt aus können wir insgesamt vier Stück einsammeln und den ersten, da drehen wir uns einmal rum und der ist hier. Also da könnt ihr dann mit interagieren und die ersten Buddha Augen holen. Dann drehen wir uns wieder um, da ist wieder der Portpunkt, wir laufen hier geradeaus weiter, hier links einmal hoch, wobei, upsala, an den Gegnern. Wir liegen hier links einmal hoch weg, halten uns rechts und hier ist dann die nächste Statue, wo wir die Augen herholen können. Dann drehen wir uns wieder um, gehen nach vorne über die kleine Steinbrücke rüber. Hier hinten biegen wir dann links hoch, steppen weiter hinauf und immer weiter nach oben. Hier wieder links und da hinten seht ihr schon den Kopf, da könnt ihr die nächsten Augen einsammeln. Danach geht es wieder zum Portpunkt Schreckensklippe Sturmwindversteck zurück. Wir drehen uns ein bisschen nach links und gehen hier in die Höhle rein. Und dann gehen wir hier links nach oben hin. Da hinten können wir dann die vierten Augen einsammeln. Nächste Halt in Kapitel 2 ist wieder Schreckensklippe, diesmal aber Steinbruebene. Hier können wir die letzten beiden einsammeln. Einer, den sehen wir da vorne schon. Der befindet sich hier. Da sind die fünften Augen. Und jetzt können wir uns einmal wieder umdrehen. Hier ist ja wieder der Portpunkt. Wir drehen nach rechts in die Höhle rein. Gehen hier nach oben hin. Und hier hinten könnt ihr dann die letzten Augen einsammeln. Wir gehen jetzt zurück zur Schreckensklippe Steinruhebene. Also hier sind wir wieder am Portpunkt. Jetzt müssen wir Richtung Boss. Da geht es hier vorne links einmal durch den Bogen durch. Ihr werdet dann, wenn ihr zum ersten Mal hier ankommt, ein Boss spawnen. Das ist der Hauptboss aus Kapitel 2 oder einer der Hauptbosse. Und hier vorne, ungefähr hier, ist so ein Steinhaufen. Ihr könnt die Augen hier direkt schon reintun. Da kommt dann ein anderer Boss. Also da sind dann auf einmal zwei Bosse. Der zweite, da wo ihr die Augen reingetan habt, wo ihr, oder das was ihr jetzt auch seht. Ich habe das gemacht. Ich habe erst den Boss besiegt und dann den nächsten beschworen. Aber ihr könnt das gleichzeitig machen. Der wird euch zunächst helfen, den normalen Storyboss zu besiegen. Und danach, wenn der tot ist, wird er sich gegen euch verschwören. Falls ihr das aber anders macht, also ihr besiegt erst den Boss ganz normal, dann könnt ihr hier wieder hin und einfach die Augen da reinpacken. Nach dem Sieg gegen Shigandang bekommen wir zum einen das Herz aus Stein. Das ist das Crafting-Material für den Stab und Skander des Gefühls. Skander des Gefühls, das brauchen wir später. Wir wissen aber noch nicht ganz genau, wofür. Aber das wird sicherlich in irgendeiner weiteren Quest benötigt. Mit dem Herz aus Stein könnt ihr zum Altar gehen und dort dann die Waffe schmieden. Guti, das war es aber auch mit einem kleinen Video zu dem versteckten Boss und der tollen Waffe. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!